So, ich habe die Lösung des Rätsels gefunden. Da muss man halt eine Kiste wegschieben, das wusste ich gar nicht mehr. Nee. Aber jetzt weiß ich es aber. Das ist auch wieder mal so meine eigene Dummheit schon wieder mal. Aber, das hat ja nicht wirklich was mit Dummheit zu tun, wenn man einfach... Ich habe es nicht gefunden. Deswegen, wundere ich mich ein bisschen auch. Ich meine, das war doch eigentlich ziemlich offensichtlich, finde ich. Ich habe das einfach nicht gefunden. Warum auch? Wenn man zu doof ist, es zu suchen. Weil es ist nämlich hier hinter. Hä? Ich verstehe dich nicht. Nee. Ich muss mir die Kiste einfach wegschieben. Hä? Das ist doch... Ich weiß doch ganz genau, dass man die da wegschieben kann. Oder wegziehen, besser gesagt. Hm. Irgendwie will mich das Spiel echt gerade extrem verarschen. Ich weiß auch nicht, warum, aber... Den Eindruck habe ich gerade. Hä? Boah, ich muss das gleich nochmal nachschauen. Alter. Warum nicht? Hm. Oh, wie mache ich das denn zum Teufel, ey? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Nee. Hä? Boah, ich werde bekloppt. Wieso... Wieso das denn so ging bisher? Hä? Keine Ahnung, ich bin einfach verwirrt. Mann, ich will das doch heute noch schaffen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch lächerlich. Wie hat der Typ das gemacht? Nee, ich habe mir da... Ich habe mir da nebenbei so einen Guide angeguckt, wie, ähm... Das geht. Irgendwie so zu sein. Trinkt mir das so gar nichts, wenn ich das so schiebe? Hä? Nö. Äh, irgendwie... Hält mich das Spiel für blöd. Oder so. Sack, ihr Freunde, Tombrader... Das wird noch lange dauern. So wie ich spiele... Ja. Das kann noch ewig dauern, bis ich hier durch bin. Ja. Achso. Ich habe es... Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, wie... Hä? Verschieben wir es jetzt mal komplett daran? Bei dem... Bei dem Gedanken kriege ich schon Kopfschmerzen, weil ich nicht drauf gekommen bin. Ja, ich weiß es. Ja. Das ist irgendwo... Ich weiß nicht. Einfach nur komplette Dummheit oder so, aber... Ich kam nicht drauf. Oder war es so richtig? Nee, warte mal. Das ist echt nicht einfach, drauf zu kommen. Also, ich bin... Gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin donc... Ich bin... Oh Gott. Ach so, hm. Ich hab's. Ja, das ist die Lösung. Oh Gott, das ist so doof. Mann, bin ich doof. Okay. Ja, ja. Wenn man darauf nicht kommt, ey, dann ist das echt dämlich. Scheiße, ey. Ich weiß ganz genau, wie. Du sollst das doch nicht machen, na. Zieh die bitte wieder zu dir. So, rüber. Und jetzt, wenn wir den einen rausziehen. Ganz genau. Dahinter ist nämlich ein Schloss. Das war ein Schloss, wo wir schon hin müssen. Ich bin auch hier. Unterwegs. Fuckin. Mich. Warum komme ich aufs Deutsche? Sag ich nicht eher. Egal. So, da müsste jetzt, glaube ich, noch ein Schloss sein. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Jetzt müssen wir den hier noch suchen. Wenn ich ihn finde. Ich mache mal die Fucke an. Ich sehe nichts. Okay, hier muss man... Scheint muss ich hier das... Ich sehe keinen Schein. Ich sehe keinen Schein. Nee. Nö. Es sah so aus. Was soll ich hier? Ja, was soll ich denn hier, wenn hier nichts ist? Macht ja gar keinen Sinn. Nö. Ich muss mich hier nochmal ganz genau umschauen, weil es ist komisch. Hier ist nix. Warum kann man hier nennen? Hä? Verstehe ich noch nicht ganz. Nee. 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 Ach so. Okay, ich habe es gesehen. Gut. Haben wir es auch gefunden. Ah, jetzt kann man da... Okay, langsam ergibt das auch Sinn. Warum das so gemacht wurde. Jetzt gehen wir da nochmal hin? Holos sind wir fest. Hätte ich so oder so gewesen. Ich brauche mal Schraub-Munition. Ich brauche mal Schraub-Munition. Ja, hier müssen wir hin. Ich finde die M16 cool. Jetzt können wir hier hin. Sehr schön. Hier müsste ich jetzt noch ein Schalter und... Nee, da ist doch ein Schalter. Mal sehen, was der macht. Wo ist das? Wo ist denn das? Ich muss mal rausfinden, wo das ist. Und ich spiele das ohne Komplettlösung. Aber wie gesagt, wartet mal ab, wenn ich Tomb Raider 3 spiele. Jetzt wird nervig. Wo hat sich denn das gerade geöffnet? Wartet jetzt hier? Jetzt bin ich gespannt, ob das hier gewesen wird. Ach! Deshalb braucht es Wasser. Ja, jetzt... Jetzt ergibt es auch Sinn. Das kann man natürlich noch hier hin. Hehehe. Clever. Mal gucken, was da hinter ist. Bin sehr, sehr gespannt. Hoffentlich der Schlüssel, den ich suche. Oder selbst im Wasser höre ich doch da. Hä? Was ist hier? Was ist da auf dem Boot? Taucher. Und wenn ich direkt stauche, die ich jetzt fertig war mit meiner legendären Harpone. Und ich kann das Wasser hörten, oder? Und er ist tot. Knüpfe ich mir noch den anderen vor? Wer denn da? Scheiße, ich habe keine Munizierung mehr. Okay. Gut. Und jetzt ist es ein dummer Drex-Torn. Okay. Nö, hebe ich mir auf. So, was gibt es hier wirklich schön? Man kann zwar hier hin, aber was tut mir das. Da könnte ich auch hin. Halt. Ich muss mal was probieren. 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 Ich muss mal was probieren.